Hey, hallo liebe Seele, hier ist wieder Karin mit einem Soul Talk und heute möchte ich dir was erzählen zum Thema Vorstellung, Vorstellungskraft und was das mit deinem Leben zu tun hat und wie wichtig es ist, dass das im Einklang mit deinem Herzen oder in meiner Sprache heißt es mit deinem eigenen persönlichen Seelendesign ist, was das bedeutet und was das damit zu tun hat, dass du dich und dein Herz wieder öffnen darfst für Wunder und für ein erweitertes Bewusstsein, was jetzt wirklich für dich dran ist. Du bist dran, du bist dran, deine weibliche Schöpferkraft zu leben hier auf der Erde und das auch in dieser Zeit. Ich freue mich, dass du da bist. Heute einfach mal ein paar Worte von mir ohne Naturgeräusche im Hintergrund, denn ich sitze tatsächlich mal drin, ist mir gerade zu kalt rauszugehen. Ja, wie komme ich jetzt darauf? Also ich habe heute Morgen schon gespürt, dass das Feld da ist, dass es wichtig ist, einmal meine Gedanken zu teilen. Und wie immer, wenn ich meine Worte mitteile, sie mit dir teile, von Herz zu Herz oder du kannst auch sagen von Seele zu Seele, dann ist es ein, ja nimm es als ein Hinweis darauf, worum es bei dir gehen könnte. Sprich, bleib einfach bei dir, schau in dir, was erhältst du, während ich spreche für innere Bilder, für Gedanken, für Gefühle und ja, trau dieser Wahrnehmung. Denn das, was wesentlich ist in all meinen Messages, in meinen Videos, in dem, was ich spreche, was ich tue, wie ich wirke, ist das Energetische. Also du musst dir das vorstellen, das sind wie Wellen, die gesendet werden. Das ist übrigens bei jedem Menschen so. Meine Intention ist kristallklar, dass das zum höchsten Wohl von allen hier jetzt ausgestrahlt wird. Und das bedeutet, dass du dich auf dieser energetischen Welle einfach selber erkennen kannst. Ja, mit deinen Geschichten. Ich bin eine moderne Geschichtenerzählerin, könnte man sagen. Ich finde das deutsche Wort ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil da habe ich immer so eine Frau im Bild, die vor so einem Buch liest und irgendwelche Kindergeschichten oder alte Krimsmärchen. Also bei mir ist das komisch belegt, dieses deutsche Wort. Deswegen, ja, das englische Wort wäre Storytelling. Das ist aber bei mir gekoppelt mit Marketing, weil ich ursprünglich aus dem Eventbereich komme und natürlich mit Werbeagenturen und USP und was weiß ich zu tun hatte. Aber ja, vielleicht sagst du, siehst du das als, ich versuche dir jetzt mal ein Bild zu vermitteln, true Storytelling. Also das ist sowas wie, ich teile Geschichten meiner Erfahrungen und das wollte mir mal ein Werber ausreden vor vielen Jahren und gesagt, das geht nicht. Du musst immer sagen, was das Problem des anderen ist, damit er sich da erkennen kann und dann sagen, dass du die Lösung bereithältst. Sonst ist es egoistisch, sonst kommt das nicht an. Das ist aber nicht meine Wahrheit und ich bin Pionierin, Bewusstseinspionierin. Das war vor Jahren schon nicht meine Wahrheit, denn wenn ich von mir erzähle oder teile meine Erfahrungen von Herz zu Herz mit dir, teile, dir das schenke sozusagen, dann ist das wie ein Buffet. Ja, da ist kein Druck, da ist keine Manipulation, da ist kein, guck mal, das hast du und deswegen musst du jetzt so, das ist da nicht dabei. Sondern es ist eher so, und ich kriege ein klares Bild gerade vermittelt, dass ich dir Energiewellen sende aufgrund dieser Erfahrungen, die ich ja schon durchlaufen habe, die ich in diesem Leben verkörpert habe oder auch in anderen Leben oder gesamt. Und ja, da gibt es eine Welle und durch dieses mit dir teilen kann sich dein System öffnen und das entscheidest du natürlich, ja, was du davon nehmen möchtest und wo die Resonanz ist und wo nicht. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu abgehoben. Sprich, sieh es einfach als Inspiration, als Buffet und du nimmst dir, was für dich stimmig ist. So, jetzt kommen wir aber zum Thema. Ich habe mich heute Morgen darüber aufgeregt, im Rahmen einer längeren Sprachnachricht, die ich in meinem Team geteilt habe und wir haben gestern darüber gesprochen, weil wir ein kurzes Video aufgenommen haben, wer die Lichtfunken-Ladies sind, mit wem ich da zusammenwirke, dass es ja überall zu hören ist, wenn du jetzt nicht weiterkommst und du hast ein Thema und sehnst dich nach Freiheit oder du hast finanziellen Druck. Und das ist gekoppelt mit einer Verantwortung, die du fühlst, die dir zu schwer ist, wo du das Gefühl hast, die kannst du nicht mehr tragen. Das erdrückt dich quasi. Gekoppelt an eine Situation in der Beziehung, wo du das Gefühl hast, du erstickst, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht gehört, du wirst nicht geliebt oder mit einer Arbeitssituation, in der du immer wieder dieselben Erfahrungen machst und du spürst es eigentlich schon ganz deutlich in dir, dass du nicht mehr kannst, dass das alles irgendwie leeres Gewäsch ist, dass du am liebsten innerlich schon weglaufen möchtest, weil das deinen Ohren schon wehtut und du da keinen Bock mehr drauf hast. Also die größten Trigger in der heutigen Zeit sind einfach Partnerschaft, totales Unglücklichsein in dem Job, in dem du bist oder auch in der Selbstständigkeit, in der du bist, weil da auch eine neue Ebene her darf. Du hast irgendwie Stress in der Familie und weist nicht mehr ein und aus, weil der Druck da wächst und du nicht irgendwie Raum für dich hast. Du hast Stress wegen deiner finanziellen Situation oder auch gesundheitlichen Stress natürlich, weil dein Körper nicht mehr funktioniert und du dauernd angeschlagen bist oder vielleicht auch krank bist und nicht zu vergessen, das Thema, was natürlich das große Krönchen, so nennen wir das Corona-Thema, was das drückt, was das triggert, Angst. Statt Liebe breitet sich immer mehr Angst aus, immer mehr Spaltung, immer mehr Trennungsgefühle, immer mehr Pressure, immer mehr Druck und das kannst du vielleicht sogar auch schon fühlen, das fühlt sich dunkel an, das fühlt sich nicht leicht an, was dadurch passiert bei den meisten Menschen. Angst ist eine Schwingung, ist ein Gefühl, was einfach sehr niedrig von der Frequenz her, wenn du dir eine Welle vorstellst, ja, es ist einfach eine andere energetische Welle, es ist ein anderes energetisches Muster sozusagen, eine andere energetische Bewegung wie Liebe. Das ist jetzt gerade mal schwarz und weiß tatsächlich, ja, Liebe ist halt eine sehr, und damit meine ich die göttliche, die Quell-Liebe und nicht eine Interpretation von dir, was du darunter verstehst. Das ist eine sehr hohe Schwingung, das ist eine komplett andere energetische Vibes, ja, so. Jetzt sagst du, ja, Karin, jetzt kommst du auch noch und sagst, ja, was, 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 ich kann ja im Moment nichts machen, ich kann ja nichts machen, ich, was soll ich denn tun, ich kann es ja nicht ändern, ja, ich muss jetzt einfach irgendwie abwarten, die Füße stillhalten. Und ich sage dir, nee, du kannst genau jetzt etwas tun. Es ist wirklich, und vielleicht hast du es auch schon gehört, aber ich muss das auch sagen, es ist der beste Zeitpunkt ever, etwas für dich zu tun, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, ja, dein Leben innerlich aufzuräumen. Es ist die beste Zeit, denn du siehst doch, was da draußen abgeht. Der eine sagt A, der nächste sagt B, der nächste sagt C, der nächste sagt D und dann fetzen sie sich alle hin und her und gegenseitig und machen sich, schieben sich irgendwas gegenseitig in die Schuhe. Das ist doch, also mich langweilt das schon seit Monaten, ganz ehrlich. Und bringt es dir was? Also schöpfst du dadurch Lebenskraft, schöpfst du dadurch Vitalität, schöpfst du dadurch Wohlgefühl? Ich vermute mal eher nein. Also kannst du dich jetzt entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, nämlich einfach mal den Fokus von da draußen wegzunehmen, weil da kannst du jetzt im Moment wahrscheinlich eher weniger ändern, ja, und nehme die Kraft nach innen zu dir. Und wenn du das noch nicht kennst und du hast dich noch nicht so richtig mit inneren Reisen beschäftigt, dann ist es jetzt höchste Zeit. Ja, und was soll ich dir sagen? Ich bin diesen Weg gegangen. Ich gehe den seit 20 Jahren. Also mein großer Umbruch kam im Jahr 2000. Damals habe ich in einem Ferienclub gearbeitet. Ich war in einer Agentur, sehr, sehr, sehr engagiert tätig in einer Eventagentur. Ich habe große Projekte organisiert, konzipiert, durchgeführt, budgetiert. Ja, ich wusste schon, ich kann da nicht mehr. Ich muss da raus und mein erster, nächster Schritt des Ausstiegs war dann eben, dass ich gesagt habe, so, ich arbeite in einem Ferienclub-Anbieter. Da habe ich erst mal mit diesem alten Thema nichts zu tun und durfte feststellen. Und das kann, ich habe gerade neulich Laura Seiler gehört, die hat das nochmal bestätigt in so einem Video, dass sie gesagt hat, ja, weißt du, ich bin überall hingereist. Ich war da und da und da und da und ich bin, weiß ich nicht, wie oft umgezogen. Aber es hat nichts verändert in mir. Also es kann, aber bei mir war es auch so, meine Themen habe ich alle mitgeschleppt. Das war zwar ein neuer Arbeits- und ein neues Umfeld und neue Aufgaben, aber meine Themen kamen da noch mehr raus, also wurden noch sichtbarer. Und das war ja auch gut so. Und unter anderem durfte ich da diverse Theater- oder Musical-Vorführungen mit einstudieren, dass ich kleine Rollen da hatte. Und eins davon war Tanz der Vampire. Das war halt damals angesagt. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, konnte ich die Musik gut mitsingen, weil das hört man dann ja, weiß nicht, alle zwei Wochen mindestens einmal. Ich war diverse Monate da in dem Club und gestern kam das. Ich habe sauber gemacht hier zu Hause und gestern kam ein Lied hoch, was ich ewig nicht gehört habe. Und in Englisch fängt es an mit Und dann habe ich mir gedacht, was ist das, was ist das? Dann hatte ich Bonnie Tyler im Kopf und dann dachte ich, wo kommt das her? Und ich kriege auch meine Botschaften und Nachrichten sowohl über meine Gedanken, weil ich sehr hellwissend bin, ich habe überhaupt sehr feine mediale Sinne, hell sehen, hell wissen, hell fühlen und manchmal auch über Lieder. So, und dann kam dieses Lied und dann bin ich tatsächlich hochgerannt, habe mein Handy geholt und habe gesucht und dann war es plötzlich klar, es gibt ja auch die deutsche Version natürlich und das ist Sei bereit. Das heißt, totale Finsternis, das Lied. Und da geht es darum, dass das Mädchen, was sich ja quasi in den Obervampir da verliebt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, egal, dass sie spürt, sie fühlt sich angezogen und sie hat aber große Angst und der Haupttext ist eigentlich, ich wollte mich der Liebe öffnen und jetzt verliere ich den Verstand. Und ich glaube, dass das genau das ist, worum es gerade geht. Und deswegen fühlt es sich so dunkel an, denn du kommst ganz ehrlich im Verstand nicht weiter. Wenn du, so wie ich, da einen Bereich hast, wo viel Energie drauf ist, das heißt, die Human Designer unter euch, die sagen, dass das ein definierter Bereich ist, sprich, da hast du ständig Energy, dann bekommst du dann natürlich auch deine Botschaften und bist da sehr kraftvoll. Und dennoch reicht es nicht, wenn du alleine mit diesem Bereich die Lösung finden willst. Denn es geht darum, dass du endlich dich im Ganzen wahrnimmst und in einen neuen Einklang mit dir hinein findest. Also sprich, da musst du schon dein Herz auch mitnehmen, deine Öffnung nach oben für ein erweitertes Bewusstsein, denn die Antworten liegen ja nicht in deinem alten Tun, das kennst du ja schon, da hast du ja schon geguckt, vorwärts, rückwärts, seitwärts, da gibt es keine Lösung. Es braucht also eine neue Perspektive, quasi hinter dem Horizont geht es weiter. Da kommen dann plötzlich ganz neue Impulse, ganz neue Handlungsmöglichkeiten. Und das ist das erweiterte Bewusstsein, was jetzt anklopft und sagt, so hier ist stuck, hier ist Schluss, da ist jetzt Dunkelheit. Du wirst quasi geschubst, weiterzugehen. Heute Morgen kam mir dieses Bild, da habe ich mich drüber aufgeregt, weil wir uns gerade damit beschäftigen, ob ein neues Familienmitglied zu uns kommt. Das ja oftmals, also es geht um ein Tier, geht das oftmals in Werbekatalogen, das ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, zum Beispiel, ja, wenn so eine Wohnung ganz schön eingerichtet ist und so, dann liegt da ganz wohlig eine Katze und regelt sich oder da sitzt ganz harmonisch meist ein Golden Retriever oder ein anderer Hund rum. Und das suggeriert uns ja schon seit Jahren, das nehmen wir ja gar nicht mehr bewusst wahr, ja, das ist ja schon routiniert von uns integriert. Wenn wir so ein Bild gucken, ah ja, abgespeichert, das bedeutet Harmonie, das bedeutet Frieden, das bedeutet Wohlfühlen. Ja, so einfach so implantiert durch, wir haben ja, weiß ich nicht, Milliarden Eindrücke an Informationen, die jeden Tag auf uns einströmen, je nachdem, wie du lebst und was du alles aufnimmst. Aber es sind unglaublich viele Impulse, die wir bekommen, die unser Gehirn jeden Tag bekommt. Ja, und für mich damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, da kam früher immer so eine Werbung, eine Rama-Werbung war das, glaube ich, ja, dann die Happy Family, ja, die glückliche Familie, die irgendwie am Sonntagsfrühstückstisch sitzt und irgendwie alle lieben sich, totale, natürlich entsprechende Musik hinterlegt, totale Harmonie. Und auch da ist es der Golden Retriever, der da mit rumsitzt. Also es ist natürlich ganz hell, ganz viel Licht, ganz schön, alles ganz schön. Mit der Musik noch unterlegt, also nochmal ein Tool mehr, so, dass du das aufnimmst und sagst, ja, also das ist schön, das ist Frieden, das ist Harmonie, das will ich. Und so gibt es viele, viele andere Bilder auch. Als ich damals meine Tochter bekam, da bin ich fast ausgerastet, direkt nach der Geburt, die war nicht ganz einfach. Wir hatten einen, wir haben einen Notkaiserschnitt durchlebt und heute weiß ich, dass das an der Schwelle stand für mich. Und ich weiß aber auch, dass ich wegen ihr, also dass ich geblieben bin. Und das habe ich auch erst neulich nochmal in der Tiefe erfahren dürfen, weil ich von Eva-Maria Zuhorst eine Episode gehört habe aus ihrem Buch, wo sie ihr Erlebnis mit ihrer Tochter, die auch noch genauso heißt wie meine, Annalena, wo sie das erzählt von ihrer Geburt. Und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und dachte, alter Schwede. Ja, genau so war es. Und das war so bewusstseinserweitern, dass ich danach halt nicht mehr die gleiche war. Ja, und dann stell dir vor, da liegst du noch irgendwie an so einem, hast dann noch irgendwie so einen Tropf und dann ist so ein Automatismus am Start im Krankenhaus. Sofort gehen am nächsten Tag die Türen auf, morgens um sechs, so jetzt zack, zack, Bett lüften, jetzt müssen sie aufstehen, jetzt müssen sie irgendwie die und die Gymnastik machen. Und ich habe da immer nur gesessen und gesagt, warum, das habe ich gar nicht gebucht. Ich habe das gar nicht verstanden. Das habe ich gar nicht bestellt. Warum ist das so? Es war so voll automatisiert. Und dann kamen auch so Probepäckchen, landeten dann bei mir. So Babyfirmen, also Firmen, die Babyprodukte oder Muttermilchprodukte oder Babynahrungsprodukte hergestellt haben. Und auf diesen Produkten waren dann wolle, proppige Babys zu sehen mit roten Wangen und Müttern. Ich habe so abgekotzt, das muss ich jetzt echt mal so sagen. Ich habe auch mit meiner Hebamme darüber gesprochen, habe gesagt, das ist doch überhaupt nicht die Wahrheit. Wieso wird das so gemacht? Sagt sie, ja, da arbeiten wir schon ganz lange dran, Aufklärung zu liefern. Ich so, das sieht man doch, wenn man jetzt wirklich ein Kind bekommen hat, sieht man, dass das keine wirkliche Stillsituation ist. Dass das Kind nicht wirklich trinkt. Dass eine Mutter nach einer Geburt nicht so aussieht. Ja, also, lange Rede, tiefer Sinn, die Werbung und das Fernsehen beeinflussen uns jeden Tag. Und so kann es gut sein, neben natürlich den Einflüssen, die du von deiner Familie aufgenommen hast. Ja, entweder fandst du Sachen total gut oder du übernimmst sie unterbewusst, unbewusst und lebst quasi in der Verlängerung das Muster deiner Familie weiter. Und es könnte sein, dass es gar nicht deins ist. Und deswegen ist da eine Diskrepanz. Oder du bist vielleicht in die Kontrahaltung gegangen, hast gesagt, das will ich auf keinen Fall erleben, wie meine Mutter das gemacht hat oder wie mein Vater das gemacht hat. Auf keinen Fall. Dann bist du in den starken Widerstand gegangen und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es dir auch nochmal abholst, um es in Harmonie zu bringen, um es zu erlösen, um damit auch in die Vergebung zu gehen für deine Eltern, um Frieden zu finden in dir. Weil nur du kannst den Frieden in dir finden. Nicht beim Partner, nicht im Außen. So, und so ist das mit der Werbung sehr tricky. Ja, und wenn die Leute zu uns kommen, zu mir kommen oder jetzt zu meinen Lichtfunken-Ladies und mir kommen in eins meiner Formate, wo ich die Menschen oder wir die Menschen begleiten, wirklich eine Lebensshift durch innere Reisen zu initiieren, sodass du, wenn du da rausgehst, einfach in dir nicht mehr der Gleiche bist wie vorher. Ja, dass das so tricky ist. Die Menschen, die zu uns kommen, mein Kater ist hier jetzt gerade und möchte unbedingt gehört werden. Sowas ist jetzt auch ein Klassiker, ja, so ist das mit dem Leben. So, der Kater ist wieder drin, knabbert jetzt hier im Hintergrund seine Leckerlis. Vielleicht hörst du das ein bisschen klackern und weiter geht's. Wir kommen jetzt mal wirklich dahin. Es kann sein, dass du unbewusst schon eine ganze Weile immer noch einer Vorstellung hinterherläufst, die du krampfhaft versuchst aufrechtzuerhalten, weil du irgendwann mal abgespeichert hast, dass das Harmonie und Frieden und Liebe bedeutet, weil das irgendwann mal so in dir programmiert wurde. Durch solche Bilder, die du regelmäßig gesehen hast, durch irgendwelche Erzählungen, durch irgendwelche Sachen. Ganz egal. Oder aufgrund einer Kontrahaltung, weil du zu Hause was anderes erlebt hast und gesagt hast so und mein Bild ist aber so und ich mache das so. Dann ist es total tricky, dass dieses Muster in dir, das läuft ja seit Jahren unbewusst. Ja, und selbst wenn du ganz viel weißt, kann es gut passieren, dass das wieder hochkommt in Situationen, die natürlich von außen vielleicht angetriggert werden, weil dein Partner, dein Kind, dein Nachbar, dein Freund, dein Kunde etwas sagt oder du irgendwas hörst oder irgendeine Lebenssituation dir begegnet oder eben es getriggert wird durch Entscheidungen, die du zu treffen hast, durch Geld, durch was auch immer. Dann kommt das hoch und dann versuchst du die ganze Zeit in diesem alten Kreislauf, wie du dir vorstellst, wie etwas zu sein hat, den versuchst du krampfhaft aufrechtzuerhalten. Und das war dieses Lied, Totale Finsternis, hier von Tanz der Vampire. Ja, so was die Shandy dann da singt. Ich höre eine Stimme, die mich ruft und die Sehnsucht ruft. Die Sehnsucht nach Freiheit, die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht nach lebendigem Leben, die Sehnsucht nach Erfüllung auf allen Ebenen, in dem Fall dargestellt mit einer Liebesbeziehung. Und die sagt dann, und jetzt habe ich Angst, dass meine ganze Welt zerfällt. Ich verliere den Verstand. Und weißt du was, liebe Seele, genau darum geht es. Und das ist das, wo wir, Lichtfunken-Ladies, die Menschen an die Hand nehmen und sagen, hey, bist du bereit, den Verstand zu verlieren und du bist dabei nicht allein. Denn da ist etwas eng in dir, weil alte Bewertungen stattfinden, die jetzt nicht mehr zu deinem Seelendesign passen, sprich zu dem, was du hier leben kannst, was dich erfüllt, was dich Dankbarkeit fühlen lässt, was dich Liebe fühlen lässt, was dich Frieden und Ruhe fühlen lässt oder auch Lebensfreude. Die Verhinderer sind nicht da draußen, die sind in dir. Das gute Wort Glaubenssätze hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Das sind alte Glaubenssätze, das sind alte, ich finde es noch greifbare, alte Vorstellungen. Und wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben mit dem, ja, du hast tausendmal die Werbung gesehen, ah, Familie, so heißt Familie ist Frieden, ist Wohlgefühl, ist Geborgenheit, ist sicherer Hafen, ja, und du hast aber ein starres Bild in dir hinterlegt, dann ist da ständig vielleicht so eine Situation der Dysfunktion, der Disharmonie, die dir einfach unglaublich viel Energie zieht. Was kannst du mit uns erleben? Du kriegst keine Workbooks, du kriegst keine Hausaufgaben, die du abarbeiten musst, du kriegst kein Kopffutter von uns, ja, jedenfalls nicht in der Form, wie du es gelernt hast. Es geht darum, dass wir nach und nach die Decken wegziehen mit dir gemeinsam und wirklich einen tiefen inneren Wandel, einen Shift vollziehen, dass du diese starren Vorstellungen, ja, die dürfen schmelzen wie Butter in der Sonne, ja, und du erkennst nach und nach, dass das gar nicht mehr zu dir passt oder dass das das ist, was sich daran hindert, Freiheit zu fühlen, was sich daran hindert, Bewegung zu spüren, was sich daran hindert, Verbindung zu spüren, ja, und du die ganze Zeit in diesem Trennungsgefühl rumrennst und das projizierst du auf die Arbeit, das projizierst du auf deine Eltern, das projizierst du auf deinen Partner, auf dein Kind, auf deine Tiere womöglich. Und das ist es. Wir stellen die Intuition, ja, das, was von deinem höheren Bewusstsein jetzt von dir verkörpert werden will, das sprich, was wirklich zu deinem Seelendesign gehört und das sieht anders aus als das deines Partners, das ist anders als das deiner Mutter oder deines Vaters oder deiner Kunden oder du bist individuell und du stehst an dem Punkt des Wachstums, wo du gerade stehst. Und da holen wir dich ab. Und dann zu schauen, was will jetzt, ja, ausgedehnt werden, wo es überall eng ist, wo die Schatten nicht ausgeleuchtet sind, ja, wo du dich immer wieder in engen Kreislaufen und alten, erstarrten Interpretationen befindest. Du darfst alte Glaubenssätze, alte Vorstellungen, eingesperrte, uralte Emotionen, die zu inneren Kindthemen gehören. Das hast du halt mal erlebt mit Mutter und Vater. Und da konntest du nicht eigenständig wählen, weil wir abhängig sind von dem System der Eltern. Ja, die sind ja für unsere Ernährung, für unser Aufwachsen zuständig. Und deswegen ziehen wir dann Dinge, die nicht zu uns passen oder wo wir bewertet wurden, das nehmen wir dann auf unsere Schultern und sagen, ja, es muss an mir liegen. Jetzt geht es aber darum, dass du erwachst in dir, im Jetzt. Jetzt, dass du sozusagen erwachsen wirst, dass du wirklich für diese Wunden, die da in dir noch schlummern und natürlich meistens im Unterbewusstsein, dass du die jetzt versorgen kannst, wenn die hochkommen, dass du wirklich in ein ganz neues Selbstmanagement hineinwächst, in eine Selbstfürsorge, Selbstverantwortung, Selbstliebe, Selbstvertrauen und so weiter. Es ist das wahre Selbst, dass du erkennen darfst, es geht darum, wie du mit all dem, was das Leben dir präsentierst, wie du damit leben kannst, wie du in der Schöpferkraft agieren kannst. Weibliche Schöpferkraft. Wir sind für Frauen da. Ja, also, wenn du jetzt sagst, so und gerade jetzt, jetzt ist die Zeit, was soll das warten? Also, ich spüre das. Ich will das jetzt für mich nutzen. Ja, dann kannst du ganz einfach anfangen. In den Shownotes sind Links, wie du uns kontaktieren kannst, wie du mich kontaktieren kannst. Wir haben jetzt für dieses Jahr, je nachdem, wann du den Podcast hörst, haben wir ein Raunacht-Programm. Das ist super bezahlbar. Da kannst du schon mal dieses Jahr klären. Du kannst den Samen für neues Jahr im Einklang mit deiner Seele legen. Und du kannst auch am 15. Dezember an einem Live-Workshop teilnehmen, wo wir schon mal wie in einem Adventskalender tatsächlich ein magisches Säckchen öffnen. Bist du dabei? Ja, es gibt Frauen da draußen, die haben keine Lust mehr, allein zu gehen. Es geht darum, in Gemeinschaft die Energie zu potenzieren. Und es ist egal, an welchem Punkt du stehst. Vielleicht fängst du erst gerade an mit der Wachstumsarbeit. Vielleicht bist du seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren wie ich dabei und sagst, ja, ich weiß so viel. Und dennoch spüre ich, es geht jetzt darum, ein nächstes Level zu beschreiten. Und es geht vor allem darum, dass ich jetzt in einem Kreis Gleichgesinnter, frei von Kampf, ja, einfach komplett auf dieser Basis der Liebe mein neues Jahr gestalte. Jetzt ruft mein Kater in diesem Sinne. Ich danke dir und wünsche dir eine, ja, gesegnete Zeit. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen und von dir hören. Liebe Grüße, deine Karin.